Ich bin alle auf den Sack. Sascha, was soll ich sagen? Der Tag war erfolgreich, oder? Der Tag war super erfolgreich. Du hast mir das ja heute Morgen schon gesagt. Du bist mir den ganzen Tag auf die Nerven gegangen, aber du hast recht gehabt. Okay, du hast jetzt nach dem Match gegen Stuart Kellett einen Haufen Interviews geben dürfen. Ja, und jetzt kommst du noch. Unfassbar, und jetzt komme ich noch mit meinem Deutsch. Wie fühlst du dich? Ich fühl mich so, dass sie mir alle voll auf die Nerven geht, aber ich fühl mich geil. Es ist ein super Gefühl, es macht Spaß mittlerweile. Und jetzt bin ich eigentlich auch froh, dass ich im Moment keine Pfeile mehr werfen muss. Cool, super. Das richtige Shirt hast du schon an. Jetzt kommt Weihnachten und dann kommt Mikey van Gerven. Jo. Was denkst du? Was ich denke, da wollte ich hin, das habe ich jetzt gepackt. Auch mit Van Gerven ist schlagbar. Natürlich ist es ein Brett, aber ich gehe wieder da hoch auf die Bühne, versuche mein Bestes zu geben und dann gucke mal, was rauskommt. Natürlich ist es sehr, sehr schwer, aber machbar ist irgendwo alles. Okay Sascha, dann würde ich sagen, unser Tagebuch beenden wir für heute. Und jetzt tun wir noch ein bisschen zusammenzischen. Auf jeden Fall. Das machen wir jetzt. Ja. Ja. Ja.